Ich vergesse es nie, ich hab noch einen Koffer in Berlin. Zu unserer Hommage der großen Hildegard Knef eine erstaunliche Berg- und Talfahrt durch ein bewegtes Leben. Und in diesem Koffer finde ich die Filmkamera. Die Sünderin, so lautete der Titel des Skandalskreifens, wir haben den kritischen Filmausschnitt für Sie vorbereitet. Bitte Film ab. Und, haben Sie die nackte Brust gesehen? Ich kenn die Fragen, die du einmal hattest. Ich hab die Antwort hier im Herzen drin. Sie sagte immer, Musik ist etwas ganz Wesentliches in meinem Leben. Es sollt mein Schicksal mit Lieben verwalten. Und heute, es ging vorbei, wir filmen auf der Leinwand. Meiner hieß Karl. Er war mittelgroß und genauso kräftig, wie er aussah. Und er hatte einen großen Mund mit vielen Zähnen. Er hatte sie noch alle 32, als er mit 81 Jahren Selbstmord machte. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, So was kann es doch einmal nur geben. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und für dich steht die Tür immer offen. Doch ich wage es nicht, doch ich wage es nicht, Doch ich wage es nicht mehr zu rufen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020